ach wie heißt denn noch einmal der in youtube ist und jetzt eigentlich geburtstag hat black daco xpx ja ich natürlich herzlich willkommen zu einem kleinen geburtstagsvideo ich bin 20 seit einer viertelstunde und jetzt schon mal danke an die vielen glückwünsche ihr habt mir schon ein paar auf facebook geschickt hoffe ich mal und auf youtube und es macht einfach einen großen spaß zu sehen dass ihr wirklich treue abonnenten seid und mir glückwünsche postet was werden noch für videos kommen es werden noch jackass videos kommen verschiedene videos kochvideos jetzt place und ich fühle mich einfach gut in dieser rolle und ich will auf youtube wirklich dazu berühmt werden wie krank oder keine ahnung wer ich möchte einfach nur keinen bekannten kreis aufbauen ungefähr 300 abos hinkriegen und ja hunderttausend aufrufe wenn ich diese zahl geschafft habe bin ich glücklich ich will einfach nur coole youtube videos machen und ich mache das jetzt auch spaß sondern ist mein ernst und ja aber wir werden jetzt erstmal gucken was im nächsten video passiert also bis zum nächsten mal euer pektakl xpx ciao